Es ist schon eigenartig, murmelte der Großvater. In Anbetracht seiner Größe leben in Grönland zwar die allerwenigsten Menschen, doch nennen wir es nach wie vor Kalalit Nunat, das Land der Menschen. Das soll mir noch einer sagen, die Inuit hätten keinen Humor. Ich wusste, er würde nicht mehr lange leben. Er hatte mir davon geschrieben, dass er krank sei. Das Land der Menschen würde sich seiner bald annehmen, sich in Stück für Stück einverleiben. Die Tür zu einer mir langsam entgleitenden Welt würde sich schließen. Ich würde die Anbindung an Grönland verlieren, fortan wirklich auf mich allein gestellt sein. Ito Quartomit, der Ort mit großen Häusern. Ich meine, was für ein halsbrecherischer Ortsname. Ich konnte ihn nie wirklich gut aussprechen. Nicht so wie der Großvater oder Waschächte, hier ansässiger Inuit. Ich fand zudem, dass es ein Ort mit recht kleinen Häusern war. Wahllos in die Landschaft gewürfelt, an einem gewaltigen Fjord gelegen, der im Sommer türkisfarbene Eisberge beherbergte, sie glitten gemächlich dahin. Es gab nichts Schöneres, als ihnen in ihrem entspannten Trott zuzuschauen, wie sie ihre Bahnen zogen. Planeten gleich in einem unendlichen Eismeer, die Sommertage in Grönland hatten tatsächlich etwas Magisches. Großvater erzählte mir unterdessen von seinen ihm vertrauten Naturvölkern. Selbst Grönländer können von denen noch das eine oder andere lernen, verlautbarte er in Brust und tiefster Überzeugung. Denn Aborigines im Pompurav etwa, deren Sprache Kuk-Tajor keine Raumausdrücke für links und rechts benötige, vielmehr bediene man sich ausschließlich der Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten und Westen. Daher sage man tatsächlich, dass sich die Teetasse doch südöstlich vom Teller befände, oder auch, dass der nordwestlich von mir stehende Knabe mein kleiner Bruder sei und dergleichen. Was eine solche Erziehung praktischerweise mit sich brächte, sei ein untrügliches Gefühl für jegliche Himmelsrichtungen. Es gebe weltweit keine anderen Menschen, die sich ohne Kompass so vortrefflich in der Welt, also im Raum, orientieren könnten. Ich sah weiterhin den Eisbergen zu und stellte mir vor, wie es wohl wäre, selbst im dichtesten Schneesturm, selbst nach Tagen, in denen man irgendwo eingeschneit in einem Hohlraum lag, sofort alle Himmelsrichtungen aus dem Ärmel schütteln zu können, und welche eine Erleichterung ein untrüglicher Orientierungssinn doch mit sich brächte. Eigentlich hätte man schon viel früher, bei einer jeden Expedition ins Unbekannte, einen dieser Wissenden aus Pompurave anheuern und auf die Reise mitnehmen sollen. Denn Forschern, Kapitänen und Co. der alten Tage wäre gewiss mancher Ungemach erspart geblieben. Wie die Pompurave im Weltraum wohl zurechtgekommen wären, wie sie sich im unendlichen, nach allen Seiten hin offenen Raum angestellt hätten? Wer konnte das schon erahnen, doch war ich mir einer Sache gewiss. Ich für meinen Teil hätte mich an ihrer Seite viel wohler gefühlt. Der Großvater war noch immer daran, mir sein Wissen zu vermitteln. Es könnte sich bekanntlich als nützlich erweisen, sei es auch nur, um sich an die Vergangenheit zu erinnern. An das, wer man war, vielleicht ja, wer man zu sein glaubte, und was einen prägte, behauptete er. So hätten sie unlängst auf den schottischen Inseln gleich nebenan festgestellt, der Großvater streute eine bedeutungsschwangere Pause ein, dass deren Bewohner unwillkürlich den Kopf vorwärts neigen, wenn sie an die Zukunft denken, und rückwärts, wenn sie sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Eine indigene, in den Anden verbreitete Sprache namens Aymara verhielt es sich diesbezüglich gänzlich widersprüchlich. Die Vergangenheit lege dort vor, die Zukunft allerdings hinter einem, was sich bemerkenswerterweise auch in der Körpersprache der Menschen niederschlage. Stell dir vor, sagte er zu mir, die Aymara deuten und gestikulieren tatsächlich nach vorne, wenn sie sich über die Vergangenheit austauschen, und weisen hinter sich, wenn sie von der eigenen Zukunft palabern. Ich hätte ihm in solchen Momenten stundenlang zuhören können. Die Zukunft, die bereits hinter einem, und die Vergangenheit, die noch vor einem lag, waren dies nicht wesentlich geeignetere Paradigmen, und mit der Unendlichkeit des Kosmos Schritt halten zu können. Werderderge 62 Proährt zum Problem Wärme 60 Rom 16 об mutually 73 25 ッ 15 Untertitelung des ZDF, 2020